Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast-Episode. Ich bin heute dein Host Navid und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und wir die nächsten Minuten gemeinsam verbringen und genießen dürfen in einer Single-Episode. Das bedeutet, heute gibt es wieder etwas nur von mir ohne einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin. Und zwar haben wir vor einigen Wochen unser Q&A-Format hier im Podcast etabliert. Das bedeutet, ihr könnt über die Sozialmedien, über Instagram, über Telegram und wo auch immer Fragen teilen und sie uns zukommen lassen, auch gerne per Mail. Und diese werden dann von uns im Backoffice sortiert und dann vorne hier jetzt an dem Podcast-Tisch katapultiert, damit ich auf die eine oder andere Frage eingehen kann. Damit diese Frage auch die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient hat. Ich finde diese ganzen Fragerunden auf Instagram und Co. immer sehr schön. Wenn ich sie mal öffne, kommen unzählige Fragen mit hinein. Ich merke aber einfach, dass diese kurzen Schnipsel über Social Media mich persönlich nicht befriedigen an Zeit, die mir zur Verfügung steht, um auf eure Fragen einzugehen. Diese Fragen sind so toll, diese Fragen sind so schön, die kommen ja irgendwo her. Aus irgendeiner Unklarheit, aus irgendeiner Unsicherheit, aus irgendeiner vielleicht auch Frustration oder Angst oder aus irgendeinem Mangel. Manchmal auch aus irgendeiner Neugier, aus irgendeiner Fülle. Einfach weil dich eine andere Perspektive interessiert. Und dafür möchte ich hier diesen Podcast auch mehr widmen und noch mehr Räume aufmachen. Ich glaube, in den letzten knapp 180 Folgen haben wir schon etliche Themen miteinander besprochen und wundervolle Perspektiven aufgemacht. Und das, was wir heute am Ende des Tages hier auf dem Podcast machen, ist immer dasselbe Thema mit anderen Worten, mit anderen Perspektiven zu beleuchten. Denn wir von Open Your Spirit haben uns einer Sache gewidmet und zwar dem Erwachen des Menschens. Es gibt natürlich viele andere Themen, wo andere Podcasts ihren Fokus ebenfalls haben und das hat absolut ihre Daseinsberechtigung. Aber bei uns geht es darum, wie kann ich aufwachen und wie kann ich verhindern, dass ich wieder unbewusst einschlafe? Und wie kann ich dadurch ein freis und selbstbestimmtes Leben führen? Welche Konzepte gibt es auf dieser Welt, die mir vielleicht dienen können? Welche Fragen habe ich mir selbst noch gar nicht erlaubt zu stellen? Und welche Antworten könnten Sie vielleicht mit sich bringen, die vielleicht auch heute für mich eine Relevanz spielen in meinem Leben, sodass ich wieder ein bisschen mehr aufräumen kann? Ich erinnere mich an so viele Podcasts oder Gespräche oder Satsangs, die ich gehört habe, wo manchmal nur ein Satz gefallen ist und da hat meine komplette Realität verändert, als ich ihm einfach nur erlaubt habe, ein bisschen in meinem Spektrum Raum einzunehmen. Und dies kann natürlich, wenn du die falschen Dinge schaust, beziehungsweise einfach destruktive Dinge schaust, ins Negative rutschen. Es kann aber natürlich genauso gut auch hochhebend sein. Das bedeutet, es kann dazu beitragen, dass du einen Podcast hörst, aus diesem Podcast rausgehst und dieser Podcast nicht dazu beigetragen hat, dass dein Schädel brummt, sondern dass du gerade richtig inspiriert bist, dass du vielleicht sogar auch irgendeine Energie in deiner Wirbelsäule spürst, die gerade hochgegangen ist. Vielleicht auch spürst, dass deine Brust sich öffnet und dass diese Energie am Ende des Tages das Ziel dieses Podcasts ist. Es geht nicht um die Worte, die ich spreche oder die geteilt werden mit anderen Menschen. Es geht nicht um die Information, die hier gerade hindurch fließt. Das ist nur etwas, um den Intellekt befriedigen zu können, sondern es geht hier lediglich darum, dich in eine herzöffnende Energie zu bringen, die dir dabei hilft, von ganz automatisch deine Antworten auf deine Fragen zu bekommen beziehungsweise die Energie zu erwirtschaften, die dir dabei hilft, in die Richtung zu gehen, in die deine Seele jetzt tatsächlich gehen möchte. Deswegen begrüße ich dich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich, dass du hier gerade mit dabei bist, dass du Lust hast, die ein oder andere Community-Frage, die in den letzten Wochen wieder zu mir gekommen ist, zu beantworten, ihr die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdient hat und dann danach zu schauen, was das Ganze mit dir kreiert. Vielen Dank für deine Zeit und let's go! Okay, ich möchte heute mit einem Thema beginnen, was in den letzten Wochen sehr viel Verwirrung auf Instagram kreiert hat. Und zwar habe ich in meiner Instagram-Story seit langem mal wieder ein bisschen was über Nahrungsergänzungsmittel geteilt, wo natürlich in mir drin auch zwei grundsätzlich verschiedene Stimmen vorherrschen, aber es herrscht auch definitiv eine Stimme da, die sagt, Navid, jetzt gerade zur Unterstützung, tut dir das Ganze noch gut? Und wir arbeiten hier seit über drei Jahren mit der Firma Next Vital zusammen, wo ich definitiv weiß, dass diese Leute dort mit Herzblut, mit Leidenschaft, auch sehr science-based hinter ihrer Arbeit stehen. Science-based hat definitiv für mich eine absolute Daseinsberechtigung, egal wie luftig und wolkig wir hier manchmal in diesem Podcast unterwegs sind, weil vieles, was hier einfach gesagt wird, nicht für den Verstand greifbar ist. Und das ist auch vollkommen okay. Wenn du merkst, dass etwas für den Verstand nicht greifbar ist, dann ist das meistens ein Thema, was gerade sehr notwendig ist, zumindest für die eigene Herzenergie, nenne ich jetzt einfach mal gerade so. Aber manchmal gibt es einfach auch Themen, die sind vom Verstand her greifbar. Und das sind zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Wie gesagt, seit über drei Jahren arbeiten wir hier mit Next Vital. Ich kann auch gerne mal einen Link unten reinpacken, falls du Next Vital noch nicht kennst oder falls du gerne mal dir die Produktpalette anschauen möchtest. Uns tut es gut. Wir machen regelmäßig Harmineralanalysen, checken, was bei uns abgeht. Selbst in Costa Rica, als wir dort jetzt zweieinhalb Jahre gewohnt haben, wir haben uns alle paar Monate einen Riesenkoffer mit Nahrungsergänzungsmittel von Next Vital dahin liefern lassen, einfach weil wir so überzeugt sind von der Qualität. Wir haben jetzt die letzten Wochen und Monate sehr wenig und selten drüber gesprochen, einfach weil ich meine Plattform nicht als Werbemaßnahme die ganze Zeit nutzen möchte. Und wir haben ja schon immer wieder Events und Dinge, die laufen, wo wir euch immer wieder informieren. Und deswegen versuche ich das immer auf ein Minimum zu halten. Aber hier einfach ein lieber Hinweis, falls du gerne Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchtest, dann gibt es unter anderem eine wundervolle Firma, nachdem ich jetzt wirklich seit 2013 durchgehend Nahrungsergänzungsmittel nehme und auch viel falsch gemacht habe in der Vergangenheit. Und vielleicht sage ich auch in fünf Jahren wieder, dass ich heute irgendwas falsch gemacht habe. Aber heute kann ich definitiv aus bestem und reinstem Gewissen teilen, dass die eine wundervolle Arbeit machen und das auch absolut Sinn macht, was dort über die Ladentheke geht. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe euch auf Instagram geteilt, dass wir wieder einige Produkte hier nach Hause liefern lassen haben und ein bisschen gezeigt, was gerade bei uns ansteht. Ich gehe gerade durch eine sehr körperlich anstrengende Quecksilberausleitung durch, die ich auch unter anderem supported mit diesen Produkten stattfinden lasse, was super, super wichtig ist. Und habe euch dann aber in meiner Instagram-Story darauf aufmerksam gemacht. Bitte nicht vergessen, auch die Anhaftung an Gesundheit ist Anhaftung. Und Anhaftung kreiert immer Leid. Es geht nicht darum, was du machst, sondern wie du es machst. Das bedeutet, auf der einen Seite waren die Leute vielleicht ganz happy, dass ich mal was über Nahrungsergänzungsmittel geteilt habe und gesagt habe, hey, das nehme ich hier gerade noch für mich ein. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gesagt, Anhaftung an Gesundheit kreiert Leid. Und da habe ich unzählige Nachrichten bekommen. Was meinst du jetzt gerade damit? Wie kann ich das verstehen? Der Satz macht für mich keinen Sinn. Und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich der Community versprochen, dass ich in einem kommenden Podcast ein bisschen ausführlicher darauf eingehe und versuche, Klarheit hineinzubringen. Selbstverständlich kreiert das so ein bisschen Verwirrung für den eigenen Intellekt. Denn Gesundheit ist ja erstmal etwas, was positiv abgestempelt ist in uns drin. Das bedeutet, jeder möchte irgendwie gesund sein. Richtig oder falsch. Kannst du ja gerade für dich mal überprüfen, was da für eine Antwort hochkommt. Das bedeutet, das Streben nach Gesundheit ist etwas, was dazu beitragen kann, uns gesund zu halten. Das bedeutet, wir merken, wir laufen gerade auf einen Berg an Ungesundheit zu oder wir haben ihn schon erklommen und merken, dass wir chronisch krank sind, jedes Mal nach einem Wochenende wieder ein bisschen erkältet sind, im Urlaub komplett runterfahren und irgendwie nicht richtig in die Pötte kommen. Dass wir merken, dass wir kognitiv gar nicht die Leistung abrufen, die wir eigentlich abrufen könnten, weil wir uns mal an richtig gute Tage erinnern. Auch unsere emotionale Gesundheit fließt dann natürlich mit hinein. Wir merken, dass wir gereizt sind, dass wir leicht triggerbar sind, dass wir immer wieder in alte Muster verfallen, dass wir depressive Züge in uns drin feststellen können, dass wir manchmal merken, dass wir durchgebrannt sind und einfach nicht mehr können, absolut erschöpft sind. Und dieses Leiden dann am Ende des Tages dazu beiträgt, dass wir in die Veränderung finden, dass wir schauen, was fehlt mir denn jetzt gerade. Anscheinend ist ja irgendwas bei mir nicht richtig, dass ich jetzt was tun darf. Und das ist auch vollkommen fein. Das ist ein sehr organischer Wandlungsprozess. Ich habe hier schon sehr häufig darüber gesprochen. Es geht natürlich darum, mit dem Leid zu arbeiten, in dem Leid die Süße zu erkennen, aber auch irgendwann ein vorausschauendes Autofahren in dein Leben zu integrieren, also vorausschauend zu leben, dass du mittlerweile schon gewisse Merkmale eines Leidensprozesses, der auf dich zukommen könnte, erkennen kannst, sodass du mit weitem Abstand schon merkst, oh, da ist die rote Ampel, da könnte jetzt vielleicht irgendwas auf mich zukommen. Macht vielleicht Sinn, jetzt schon eine Maßnahme der Veränderung einzuleiten, auch wenn ich gerade noch nicht richtig krass krank geworden bin. Aber ich merke, das geht wieder mit derselben Energie auf denselben Berg zu. Und wenn ich jetzt nicht frühzeitig genug die Handbremse ziehe, dann muss ich halt mit den Konsequenzen rechnen und eben auch die Verantwortung dafür tragen. Und das ist auch vollkommen okay. Das machen wir einmal, zweimal, dreimal, hundertmal, zweihundertmal. Und vielleicht in diesem Leben oder im nächsten Leben entwickeln wir irgendwann eine Attitude, die dazu beiträgt, dass wir eine Einstellung, die dazu beiträgt, dass wir da einfach mit mehr Vorsicht und mit mehr Respekt und Demut und auch mit mehr Dankbarkeit für dem, was einfach gerade ist, herangehen. Aber manchmal erwischen uns auch einfach Krankheiten oder irgendwelche Symptome out of nowhere und wir wissen gar nicht, was wir gerade falsch gemacht haben und was da einfach passiert ist. Jetzt will ich aber konkreter auf das Thema Anhaftung eingehen, weil ja Gesundheit eigentlich etwas so Wundervolles ist. Genauso gut kannst du auch sagen, soziale Kontakte sind etwas Wundervolles, aber haftest du an soziale Kontakte an, dann ist das trotzdem Anhaftung. Und Anhaftung kreiert Leid. Du kannst genauso sagen, dass Anhaftung an Loslassen trotzdem Anhaftung ist. Und auch wenn Loslassen etwas Schönes ist und den Veränderungsprozess in Gang setzt und zu unserem natürlichen Prozess mit dazugehört, aber Anhaftung an Loslassen kreiert trotzdem Leid. Im Buddhismus wird das zum Beispiel als die Golden Chain genannt. Das bedeutet, du willst die ganze Zeit erleuchtet sein und willst loslassen und loslassen und loslassen und dann bist du irgendwann attached an das Detached-Sein. Also du bist angehaftet an das Nicht-Angehaftet-Sein und willst die ganze Zeit alles loslassen, was geht und rennst nur rum und suchst die ganze Zeit nach der nächsten Möglichkeit loszulassen. Und wenn du es dann in diesem Moment nicht schaffst, weil du die Erwartungshaltung hast, alles loszulassen, was du loslassen möchtest, entsteht Leid in dir drin, weil du beobachten kannst, dass du das gerade nicht geschafft hast. Und genauso ist es auch mit Gesundheit. Wir kennen, glaube ich, alle irgendwie mal Videos aus dem Internet, wo wir irgendeinen Mönch gesehen haben, der seinen Hals auf einem Speer balanciert hat oder auf einem Nagelbett gelegen hat und jemand Steine auf seinem Rücken zerschlagen hat und, 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 und. Und wir haben gemerkt, der Rücken wurde vielleicht ein bisschen rot oder da ist vielleicht ein Abdruck irgendwie am Hals geblieben. Aber ihm hat das irgendwie nichts getan. Er konnte an einer Stelle natürlich erst mal sein Chi bündeln, also seine Energie an einer Quelle bündeln, sodass förmlich das harte Material oder das spitze Material daran abgeprallt ist. Aber auf der anderen Seite hat er sich auch von seinem Körper detached. Über was reden wir denn hier in diesem Podcast immer und immer wieder? Und woran erinnere ich mich jeden Tag, wenn ich aufstehe? Navid, du bist nicht dein Körper. Navid, du bist nicht deine Gedanken. Navid, du bist nicht deine Emotionen. Navid, du bist nicht deine Organe. Navid, du bist nicht deine Verstandesstimme. Du bist nicht all das. Du bist nicht all das, was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Du bist nicht das, was du fühlen kannst, das, was du denken kannst, die erweiterten Sinne und so weiter und so fort. Und wenn ich sage, ich bin nicht mein Körper und wenn ich jeden Tag durch Meditation, Yoga, Kontemplation, durch Kommunikation und diverseste andere Konzepte für mich praktiziere, dass ich diesen gesunden Abstand zu dem, was ist, einfach genieße, um das Leben so wahrzunehmen, wie es tatsächlich sein sollte, damit ich mich von Erschöpfung, von unnötigen Konflikten, von Mühe und von Anhaftung an Leid befreien kann, um frei und selbstbestimmt und erfüllt durch das Leben gehen zu können, dann ist das Anhaften an meinen Körper, wie ich das eben schon gesagt habe, und somit auch an meine körperliche Gesundheit oder an meinen Geist, an meine emotionale und psychische Gesundheit, etwas, was Leid kreieren kann. Das bedeutet, kurzum, ich tue das, was getan werden muss und was sich gerade aus Fülle heraus ergibt oder einfach gerade passiert, weil es mein Seelenweg ist. Und wenn es das ist, dass ich Nahrungsergänzungsmittel einnehme, weil ich es einfach gerade noch fühle, wenn es das ist, dass ich jeden Morgen Ölziehen praktiziere, um dich so ein bisschen mehr in mein Leben mit reinzunehmen, mit Kokosöl oder Sesamöl, um einfach Schadstoffe in meinen Mund zu binden und Mundhygiene stattfinden zu lassen, wenn es das ist, dass ich auf meine Ernährung achte, wenn es das ist, dass ich mich bewusst bewege, wenn es das ist, dass ich mich mit herzlichen Menschen umgebe, die ein gewisses Maß an Reinheit auch ausstrahlen, um nicht immer nur zu geben, sondern mir auch selber was zu nehmen, um eine innere Balance in mir drin zu kreieren. Wenn es das ist, dass ich mir Pausen einlade, wo ich einfach mal nichts tue, dann mache ich das gerade, weil es das ist, was gerade zu tun ist. Wenn ich mich aber in diesem Selbstoptimierungswahn verliere und von morgens bis abends hier die Supplemente einnehme, da muss ich meditieren, da muss ich das machen und das mache ich nicht beim Essen und die ganze Zeit meinen Fokus auf gut und schlecht irgendwie fokussiere und die ganze Zeit krampfhaft danach strebe, gesund zu sein, dann bin ich definitiv eine Person, die Megaprobleme hat, krank zu sein, die vielleicht sogar auch Angst davor hat, krank zu sein. Und wenn ich dann krank bin oder irgendwelche Symptome körperlich habe, dann versuche ich direkt alles dafür zu tun, um diese Symptome wieder loszuwerden, weil wir nicht gelernt haben, auch mit diesen Symptomen einfach mal zu sein und diese Botschaft davon zu hören. Ich kann nicht mal in mein Leben gerade mit reinnehmen. Ich mache jetzt seit über sechs Wochen eine sehr körperlich intensive Quecksilberausleitung, wie ich das gerade schon gesagt habe. Alpha-Liponsäure nach dem Kattler-Prinzip und unterstütze meinen Körper unter anderem mit hochdosiert Vitamin E, mit Magnesium, mit Zink, mit Selen sowieso als Gegenspieler zum Quecksilber und 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 und. Vitamin C hochdosiert, Antioxidantien, Gerstengras, Probiotika, Präbiotika, die abends noch eingenommen werden. Das findest du auch alles auf der NextVital-Seite. Und habe extrem starke Symptome. Das bedeutet, ich kann seit fast eineinhalb Monaten gar nicht mehr durchschlafen, kratze mich sehr stark, habe überall extrem offene Stellen an meinen Armkehlen, an meinem Hals. Meine Augen sind sehr trocken. Vielleicht sieht man das auch so ein bisschen hier, dass so ein paar Falten unter den Augen sind. Allgemein alles, was Schleimhäute angeht, dann sind wir gleichzeitig gesehen nach Deutschland gekommen, haben hier einen Wetterumschwung, der sich natürlich auch nochmal auf meine Haut auswirkt. Und meine Haut war immer mein schwächstes Glied. Das ist unter anderem die Kommunikation meines Körpers. Wenn irgendwas bei mir nicht passt, dann reagiert meistens meine Haut. Wenn ich mich emotional nicht schütze, dann reagiert meine Haut. Das ist auch meistens bei Menschen, die sehr sensibel sind. Wir hatten hier schon mal Podcasts mit Lydia Zauberhaut aufgenommen, wo wir auch sehr intensiv über diese Themen der Haut und der Verbundenheit mit den Emotionen und des Darms auch gesprochen haben. Wie es als Entgiftungsorgan auch für uns arbeitet und, 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 und. Das bedeutet, ich habe jetzt gerade all diese Symptome. Und ich mache diese Quecksilberausleitung und ich weiß, dass sie mir gut tut und dass ich das auch gerade fühle, weil ich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, seitdem ich mir die Amalgam-Füllungen rausnehmen lassen habe, der Arzt irgendwas falsch gemacht hat, zu viel Quecksilber dadurch in meinen Körper gekommen ist, obwohl wir Kofferdamm-Methode und Goldmaske und Sauerstoff und so weiter alles hatten. Also, falls du das machen möchtest, mach das gerne mit einem Umweltzahnmediziner oder einer Umweltzahnmedizinerin deines Vertrauens und mach danach die Ausleitung. Ich habe es damals nicht gemacht. Ich war zu faul, hatte meine Priorität auf andere Projekte, weil ich einfach das getan habe, was gerade getan werden musste. Und jetzt trage ich natürlich die Verantwortung für die Konsequenzen, die daraus kommen. Und zwar bin ich jetzt gerade an einem Punkt meines Lebens, wo ich wieder das tue, was getan werden muss. Und zwar ist das jetzt einfach die Quecksilberausleitung. Und all diese körperlichen Symptome, die können natürlich Leid kreieren, aber nur, wenn ich mich damit identifiziere. Wenn ich mich nicht damit identifiziere und wenn ich den Juckreiz und die Trockenheit und das Brennen, wenn ich schwitze und so weiter einfach akzeptiere und hinnehme und sage, wow, interessant. Das ist gerade das, was passiert. Dann befreie ich mich selbst von diesem Leid. Das bedeutet, ich erzähle mir nicht, dass es gerade irgendeine Realität gäbe, die gerade richtiger sein müsste für mich als das, was jetzt gerade ist. Und so hafte ich nicht an Gesundheit an. Genauso gut, wie wenn du alleine bist und du sagst, ich muss jetzt soziale Kontakte haben, weil so geht es mir nicht gut. Natürlich gibt es da einen Punkt, wo wir sagen, okay, tolle Menschen um dich herum zu haben ist wichtig. Aber dennoch dürfen wir nicht daran anhaften, denn die Anhaftung ist das, was Leid kreiert. Es ist nicht das Alleinsein, was Leid kreiert. Es ist die Anhaftung an die sozialen Kontakte, die Einsamkeit kreieren, weil du dir nicht das geben kannst, was du gerade brauchst und alles ist am Ende des Tages in dir. Natürlich sind wir soziale Wesen und Gemeinschaft ist ein riesen, riesen Tool, wo wir von Open Your Spirit besonders jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte in diesem Jahr sehr stark mit der Kommunikation rausgegangen sind, als auch im neuen Jahr 2024 wird dieses Thema Gemeinschaft, gerade auch durch unseren Spirit Club, den wir gründen und gleichgesinnte Menschen wirklich für einen kleinen Obolus miteinander verbinden. Wir haben damals schon gesagt, die Spritpreise sind teuer und jetzt sind wir bei Diesel und E10 und E5 bei 1,70, 1,80, 1,90, 2 Euro pro Liter und wir zahlen auf einmal fast das Doppelte an Sprit und das war trotzdem möglich und wenn man dann aber überlegt, einfach mal 10, 20 Euro am Ende des Monats für den Beitrag eines solchen Spirit Clubs zum Beispiel zu bezahlen und zu sagen, was brauche ich für meine mentale Gesundheit, wo bekomme ich Räume, akzeptiert zu werden, genauso wie ich bin und mich auch komplett neu zu erfahren, dann ist das für mich meiner Meinung nach ein super, super fairer Preis. Wir haben früher 49 Euro im Monat genommen, haben aber gesagt, nein, wir wollen es wirklich so gut wie jedem irgendwie ermöglichen und ja, irgendwie sehen wir, es geht doch immer. Wenn die Spritpreise uns dazu zwingen, irgendwo ein paar Abzüge zu machen und mehr zu bezahlen oder die Heizkosten teurer werden, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Das bedeutet, hier darf jeder auch nochmal für sich reinfühlen. Ich lasse den Link auch gerne vom Spirit Club nochmal in die Shownotes packen, wo du sagst, vielleicht ist das etwas, wo du noch mehr für deine mentale, soziale Gesundheit einfach machen darfst, mit Menschen zusammenwirken darfst, die auf demselben Weg sind wie du und auch Offline-Verbindungen und Freundschaften stattfinden lassen. Also wir haben jetzt das Thema Gesundheit, wir haben das Thema soziale Kontakte, wir haben das Thema vielleicht auch Materielles, Partnerschaft, was auch immer. Anhaftung kreiert immer Leid. Anhaftung bedeutet, dass du etwas zu dir ziehst und es gibt diesen einen wundervollen Satz und den habe ich schon häufiger geteilt. If you like something, don't pull and if you don't like something, don't push. Das bedeutet, wenn du etwas magst, etwas präferierst, dann halt nicht dran fest und wenn du etwas nicht präferierst oder nicht magst, dann drück es nicht weg. Denn in dem Moment, wo du etwas präferierst und zu dir ziehst, investierst du so viel Kraft, etwas zu dir zu ziehen, dass du irgendwann sowieso automatisch nicht mehr kannst, loslassen musst und die notwendige Konsequenz ist, dass das Pendel einmal ins andere Extrem schwingt. Das heißt, das, was du so fest an dich gezogen hast, geht einmal so weit von dir weg, damit du lernst, ohne das klar zu kommen und zu realisieren, dass du das nicht brauchst, um innerlich glücklich zu sein. Zum Beispiel deine Partnerin oder dein Partner. Zum Beispiel Materielles, dein Haus, all das, was du dir akkumuliert hast über die letzten Jahre, deine Persönlichkeitsstruktur und, 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 und. Und dasselbe ist natürlich auch mit dem Wegdrücken. Ja, wenn du etwas nicht magst, don't push. Das bedeutet, ich mag zum Beispiel gewisse Menschentypen nicht. Ich mag zum Beispiel, weiß ich nicht, wir haben so viele Dinge, politische Themen nicht. Ich mag zum Beispiel gewisse Sportarten nicht. Ich mag zum Beispiel gewisse Emotionen nicht, um da vielleicht direkt mal den Nagel auf den Kopf zu treffen. Ich mag irgendwelche Gedanken nicht und ich drücke diese die ganze Zeit weg und lenke mich ab und will sie irgendwie nicht stattfinden lassen. Irgendwann wird automatisch der Punkt kommen, wo dich all diese Dinge einholen werden, weil sie gesehen werden wollen, weil sie gesehen werden müssen und verarbeitet werden dürfen, damit du in einer inneren Balance bist. Wenn wir realisieren, wer oder was wir wirklich sind und dass ich gerade nicht der Sprecher hier bin, sondern nur das bin, was gerade das rauszusprechende beobachtet, was vom Verstand, vom Intellekt genährt wird und gerade einfach nur das sagt, was gerade gesagt werden muss und das in mir drin sich gerade nur zurücklehnt und sagt, wow, was für eine Show. Tolle Dinge, die da gerade gesprochen werden. Gut, dass ich auf Aufnehmen gedrückt habe und das wieder hochladen kann. Wow, super interessant. Ja, und das, was in dir ist, kann ich am Ende des Tages auch nicht denken. Es ist einfach nur. Es nimmt einfach nur wahr. Es beobachtet diese ganze Show und kreiert natürlich dann, umso mehr du in diesem Punkt verharrst, neue innere Flüsse und innere Bewegungen und neue innere Haltungen, dieses Leben einfach für dich wahrzunehmen. Und so ist das auch mit unserer Gesundheit, wie ich das gesagt habe. Das zu tun, was gerade getun werden muss, ist wundervoll. Wichtig ist aber, es aus der Fülle heraus zu machen und nicht aus dem Mangel heraus rauszugehen. Nicht aus der Angst heraus, krank zu werden. Nicht aus dem Mangel heraus, dass du denkst, ich muss das jetzt tun, um einen gewissen geistigen Soll erfüllen zu können und, 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 sondern einfach nur aus der Fülle heraus. Ich tue das gerade, weil es gerade getan werden muss. Und das klingt immer so weit weg, aber wenn wir uns wirklich einfach mal erlauben, in die Stille zu finden, nichts zu tun, nichts zu lesen, nichts zu schreiben, zu schaffen, den Fluss der Gedanken mal nicht zu berühren, der sowieso die ganze Zeit fließt und nicht aufgehalten werden kann, ja, der ist immer da. Du kannst im Bruchteil einer Sekunde an einen pinken Elefanten denken, du kannst im Bruchteil einer Sekunde an eine Wildwasserbahnfahrt im Moviepark denken, du kannst im Bruchteil einer Sekunde dir vorstellen, wie du in einem Astronautenkostüm auf dem Mond bist oder wo auch immer. Und all diese Gedanken sind die ganze Zeit da. Die kann man sofort abrufen. Das heißt, der Fluss der Gedanken, der fließt nonstop. Aber wenn wir ihn nicht berühren und einfach uns nach hinten lehnen, in uns drin nichts tun, bekommen wir automatisch die Antworten darauf von dem, was jetzt einfach passieren darf. Und das, was passieren darf, passiert dann auch von selbst. Und wie gesagt, nochmal zu dem Thema Gesundheit. Mach das, was für dich gerade getan werden darf. Es darf sich aber nicht mühsam anfühlen. Es darf dich nicht in eine Erschöpfung bringen. Ich kenne Menschen, die wollen aus einer Nebennierenschwäche rauskommen und aus der Erschöpfung rausfinden. Aber dieses ständige Nahrungsergänzungsmittel nehmen und auf seinen Ernährungsplan achten und so weiter kreiert so viel Stress innerlich, weil das so viel Veränderung auf einmal ist, von denen sie nie was gewusst haben. Und jetzt aber jemand Drittes auf einmal sagt, das musst du jetzt machen und dann geht es dir gut. Und dann machst du das alles und du merkst, dir geht es aber nicht besser, weil du die ganze Zeit in diesem Dauerstress bist, von der einen Pillendose zur nächsten Pillendose zu rennen, von dem einen Rotlicht, Standlicht in deinem Wohnzimmer zum nächsten zu rennen, da dann noch das WLAN wieder auszustecken und so weiter und so fort und überall in diesem Selbstoptimierungswahn drin zu stecken, der so viel Stress kreiert und so viel Ablenkung kreiert, weil du wieder nur am Machen bist, dass du gar nicht hörst, was wirklich in dir drin passieren kann. Ram Dass hat einmal sehr schön gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die die Jugend wertschätzt und das Altern verleugnet. Wir färben uns die Haare, gehen im Forever 21 mit 45 einkaufen und wollen uns jung fühlen. Wir, weiß ich nicht, machen krampfhaft noch Sport im höheren Alter und versuchen irgendeine Fitness aufrecht zu erhalten, was ja alles schön und gut ist, eine körperliche Fitness zu haben, die natürlich auch eine geistige Klarheit ermöglicht. Aber es muss halt nicht sein. Und er sagt, im höheren Alter Arthrose zu bekommen, ist was Wundervolles. Denn es zwingt dich dazu, einfach aufzuhören, die ganze Zeit von A nach B zu laufen, dich hinzusetzen und zu meditieren und neue Ebenen deines Bewusstseins zu erforschen. Es gab Studien, die besagt haben, dass bei uns in Deutschland zum Beispiel die meisten Menschen bei einem Bewusstsein von 20 bis 25 Jahren einfach hängen bleiben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, womit misst man das? Wir haben indigene Völker, die sind mit einem Alter von 14 schon vom Bewusstsein her ganz woanders. Aber man erkennt so ein bisschen einfach die Message dahinter. Man entwickelt sich nicht weiter. Und Weiterentwicklung ist unsere Natur. Und in diesem Form der Weiterentwicklung geht es irgendwann dann natürlich auch in die Innenkehr zu gehen und zu akzeptieren, dass der Körper irgendwann abbaut. Wir werden geboren, wir blühen auf und wir sterben. Und das ist der Vorgang jeglicher Natur. Und wenn wir krampfhaft versuchen, dagegen die ganze Zeit anzukämpfen, weil wir Angst vor dem Sterben haben, weil wir Angst vor dem körperlichen Abbau haben, was nichts anderes als dieser Tod ist, wir sterben nur physisch. Und da komme ich auch gleich direkt zur nächsten Frage. Aber um das noch mal kurz zu Ende zu führen, das, was wir sind, das, was in uns drin gerade diese Sinne nutzt, um zu schmecken, zu riechen, zu hören, zu ertasten, zu fühlen, zu sehen, zu denken, das, was dahinter ist und diesen Körper hier als Interface nutzt zu dieser Welt, das ist unsterblich. Das existiert die ganze Zeit. Und weil wir das vergessen haben, rennen wir so krampfhaft voller Angst einem gewissen Gesundheitswahn hinterher und denken, man muss das so und so und so und so und so und so machen und dann geht es mir gut. Ich muss jetzt aufhören, Fleisch zu essen und mein Essen in Öl anzubraten und so zu machen und so zu machen, sonst werde ich irgendwie krank. Wenn du das fühlst, das sein zu lassen, wenn es eine innere Intelligenz gibt, die sagt, ich spüre das einfach gerade nicht mehr Fleisch zu essen, dann ist das für dich schön und gut. Wenn du aber mit einem moralischen belehrenden Verhalten hinausgehst und versuchst, das anderen Menschen unter die Nase zu reiben, ich meditiere, ich esse kein Fleisch, ich bin so und so und so und so und so und so und so, dann ist das nichts, was du aus der Natur heraus gemacht hast, sondern ist das einfach nur eine spirituelle Maske, die du in diesem Falle aufgesetzt hast. Und genauso gut ist es auch mit der Gesundheitsmaske oder mit der Maske des Weltfriedensorgenden oder wen auch immer. Das muss aus dem Innen herauskommen und es darf einfach passieren, um unserem eigenen Karma nachzugehen. Wir schauen zu viel nach links, zu viel nach rechts, schauen, was die andere machen, vergleichen uns damit und machen das nach, was andere machen. Wie ist denn diese komplette Verzerrung in unser Sexleben, unserer heutigen Welt nach über 75 Jahren Indoktrination mit Fernsehen und jetzt natürlich auch die letzten 20, 30 Jahre mit Internet passiert, weil wir Pornos und so weiter geguckt haben. Wir haben gesehen, so machen das gerade Leute im Fernsehen und in Pornos und jetzt machen wir das nach. Und so machen wir das auch mit unserem Gesundheitsthemen, so machen wir das mit unserer spirituellen Entwicklung und so weiter und so fort. Jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns hat seinen oder ihren eigenen Weg, um ins Erwachen zu finden. Und ob du jetzt in diesem Leben erleuchtet wirst oder nicht, ist scheißegal. Ob du in 10 Billionen Jahren erleuchtet wirst und erwachst, ist auch scheißegal. Denn am Ende des Tages geht es nur um eine einzige Sache. Ich setze mich hier hin, ich atme tief durch, ich nehme wahr, was ist und lasse einfach passieren, was gerade passieren möchte. Öffne mein Herz, nehme wahr und lasse passieren, was passieren möchte. Das ist das Einzige, was getan werden muss. Und mir ist es egal, wie alt ich bin, wo ich jetzt noch hinkomme, wie viele Leben ich noch mache, das ist das Einzige, woran ich mich immer wieder nur versuche zu erinnern. Und jedes Mal, wenn ich merke, dass ich aus einem Mangel heraus wieder irgendwas hinterherrinne und irgendwas tue, was gerade nicht passieren darf, dann versuche ich, mich zurückzuziehen. Und ganz sicher passieren gerade in meinem Leben auch noch Dinge, die vielleicht gerade aus einem Mangel heraus passieren. Absolut. Absolut. Und mit der Zeit kommen die Erkenntnisse. Aber umso häufiger ich darüber spreche, umso mehr ich mir den Raum gebe, das als Thema zu machen und in mein Feld hineinzubringen, mit anderen Menschen, wie mit dir jetzt gerade, während du zuhörst, in einen energetischen Austausch gehe, desto mehr trage ich dazu bei, dass ich mich immer wieder zurück auf die Spur bringe und meine komplette Realität, die jetzt gerade stattfindet, hinterfrage und schaue, muss das denn jetzt gerade so sein? Also nochmal, Sadgur hat irgendwann mal gesagt, Health is life being well. Das bedeutet, Gesundheit ist, wenn ein Leben gut läuft. Ja, auf gut Deutsch gesagt. Sagt das aber natürlich mal dem krebskranken Kind, was mit vier im Krankenhaus ist oder Leukämie hat und so weiter und so fort. Ist natürlich ein Satz, der auch sehr viel provozieren kann. Grundsätzlich natürlich absolut richtig ist. Aber selbst, wenn wir gerade nicht gesund sind, physisch zum Beispiel gesund sind und irgendeine Symptomatik mit uns herumtragen, dürfen wir jedes Mal verstehen, dass diese Symptomatik gerade für uns da ist und uns etwas aufzeigen sollen. Eine Erkältung zum Beispiel dazu beiträgt, dass du einfach mal langsam machst. Mal alle Einflüsse mal abkapst. Mal bei dir bist. Eine Migräne. Alles ist zu viel. Es steigt mir zu Kopf. Verdauungsbeschwerden. Ich habe Probleme, Emotionen zu verdauen. Fußballenschmerzen, was ich in den letzten Jahren super häufig bei Menschen gehört habe. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht voran in meinem Leben. Es gibt ein super tolles Buch. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Das heißt, mein Körperbarometer der Seelen. Da kannst du unter anderem auch so ein bisschen die emotionale, seelische Botschaft von dir nochmal erahnen. Es ist ein dicker Schinken, wo du echt vieles nachschauen kannst und ein Gefühl dafür bekommen kannst, was vielleicht bei dir gerade thematisch ansteht, wenn du deine physische Symptomatik nicht mit dem seelischen Karma, was gerade Aufmerksamkeit bekommen darf, zusammenknüpfen kannst oder mit dem emotionalen Thema, um das vielleicht so zu beleuchten, was einfach gerade bei dir ein Disbalance ist. Fühl da einfach mal rein. Das Buch zu Hause zu haben macht absolut Sinn, aber irgendwann, wenn du so sehr mit dir selbst verbunden bist, brauchst du auch dieses Buch nicht mehr, weil du dann automatisch siehst, was gerade gesehen werden darf, indem du eine Sache einfach tust, und zwar jegliche Form von Ablenkung abkapst. Ein gesundes Leben ist ein schönes Leben. Natürlich ist es schön, körperlich gesund zu sein, aber wie viele Menschen kennen wir, die sind körperlich gesund und die leiden trotzdem die ganze Zeit im Leben. Denen geht es dreckig. Die Wertschätzung ist nicht da, die Dankbarkeit ist nicht da, die haben einfach geistig, psychisch unfassbar viel mit sich herum zuzutragen. Dann gibt es den, der geistig, psychisch super stabil ist und gerade seinen Weg geht, aber körperliche Symptome zum Beispiel mit sich herum trägt. Ich würde von mir behaupten, dass der Navid von heute viel, viel geistig und psychisch stabiler ist als der Navid von vor drei Jahren, aber dafür kommen einfach gerade mehr körperliche Symptome durch zum Beispiel diese Quecksilber-Geschichte in meinem Körper, in mein Feld und das kann natürlich Leid kreieren, aber jetzt kann ich mich natürlich auf diese physischen Symptome fokussieren oder ich fokussiere mich auf das, was einfach geistig, seelisch, psychisch in mir drin, super stabil ist und mir sehr viel Erfüllung schenkt und dann verändert sich natürlich meine komplette Haltung und auch meine komplette Art und Weise, das Leben wahrzunehmen. Das bedeutet, ein gesunder Organismus bedeutet nicht immer Erfüllung, bedeutet nicht immer innere Befreiung, bedeutet nicht immer, dass du selbstbestimmt durch das Leben gehst. Und physisch gut zu funktionieren ist eins, aber was machst du damit? Und deswegen habe ich gesagt, Anhaftung an Gesundheit kreiert auch Leid. Anhaftung kreiert immer Leid. Das ist einer der Wahrheiten von Buddha, die er geteilt hat. Er hat gesagt, im Leben leiden wir. Im Leben gibt es Leid. Das ist Wahrheit Nummer eins. Zwei ist, die Identifizierung mit dem Verstand, mit unserer Verstandesstimme ist die Verursacher des Leidens. Und dadurch, dass wir mit dem Verstand an gewisse Dinge anhaften und uns damit identifizieren. Wenn wir es schaffen, unsere Verstandesstimme loszulassen, uns nicht damit zu identifizieren, Punkt Nummer drei, dann befreien wir uns von diesem Leid. Und die vierte Wahrheit war seine Methode, die er geteilt hat. Wie man sich von diesem Leid befreien kann. Und wie gesagt, jeder hat da seine eigene Methode, sein eigenes Konzept. Kann sich gerne mehr mit Buddha auseinandersetzen, wenn du das fühlst. Oder du empfindest, du findest einfach für dich dein eigenes Konzept. Das kann Pflanzenmedizin sein, ab und zu mal damit zu arbeiten. Mal Kakao zu trinken, um in die Herzöffnung zu kommen. Oder mit HP zu arbeiten, wo ich auch eine sehr ausführliche HP Medicine Masterclass aufgezeichnet habe und live stattfinden lassen habe mit über 70 Teilnehmer, Teilnehmerinnen und erklärt habe, wofür diese Medizin wirklich benutzt werden kann, damit wir nicht wieder in diese Abhängigkeit von Nikotin und einer weiteren Medizin kommen. verlinken wir auch in den Shownotes, wo du einfach mal reinführen kannst, ob du diese HP Medicine Masterclass für dich mal durcharbeiten willst, wo wir die Medizin auf eine Art und Weise beleuchten, wie sie noch nie im deutschsprachigen Raum beleuchtet worden ist und wo all meine Erfahrungen aus über drei Jahren Costa Rica und Reisen mit drin sind. Es kann aber auch das Meditieren sein, es kann auch Yoga sein, Allgemeinkörperarbeit, zum Beispiel Sport ist etwas, was mir sehr hilft, mich wieder zu zentrieren, weil ich aber auch fühle, was darf gerade bewegt werden und nicht wie früher in meiner Bodybuilding-Zeit akribisch einen Plan durcharbeite, sondern schaue, was darf gerade bewegt werden, wo darf ich mich schütteln, wo darf ich was trainieren, wo darf ich was bewegen, wo darf ich Anspannung oder auch Dehnung kreieren, um in mir drin Energie zu bewegen. Es gibt die wildesten weiteren Konzepte, alleine das Reden jetzt gerade hier, ehrlich etwas zu teilen, authentisch zu sein, ist ein wundervolles Konzept und so easy und so banal, so simpel. Und bewegt automatisch so viel in uns. Das Zuhören, was du jetzt gerade machst, während du diesem Podcast hier zuhörst oder mal einen Satsang hörst oder anderen Menschen zuhörst, während sie sprechen und auf der Bühne sitzen, auch all das sind wundervolle Konzepte, die dazu beibringen, uns immer wieder von dieser Anhaftung zu lösen, uns von Leid zu befreien, wahrzunehmen, was gerade passieren darf und zu schauen, dass wir eine Akzeptanz für das bekommen, was gerade ist, aber trotzdem fühlen, was gerade getan werden muss und dadurch automatisch uns ausdehnen, uns entwickeln und in die Veränderung finden. Also das einmal sehr ausführlich erklärt zum Thema Gesundheit und Anhaftung und dass die Anhaftung an Gesundheit sehr toxisch sein kann. Deswegen ist es super gefährlich, wenn du den Wert Gesundheit für dich verkörpern möchtest. Die meisten Menschen, die den Wert Gesundheit für sich verkörpern, sind auch die Leute, die die ganze Zeit draußen rumrennen und sich die weißen Linien im Himmel angucken und sagen, ah, das sind die Chemtrails und das ist so böse und da ist irgendwie, weiß ich nicht, mir hat letztens jemand was gesagt mit einem Froschlogo und wir werden jetzt vergiftet mit unseren Lebensmitteln im Aldi und Co. Natürlich ist es schön, eine gewisse Achtsamkeit zu haben, aber wenn du die ganze Zeit auf irgendwelche vermeintlich negativen Dinge zeigst mit dem Finger, dann kreierst du Leid in dir drin und dieses Leid ist das, was dich eigentlich krank macht, als einfach zu schauen, was ist gerade schön und was kann ich dadurch erkennen und was kann ich dadurch für mich in meinem Leben verändern. Es ist ein Riesenvirus in unserer Psyche drin, nach über 75 Jahren Television-Indoktrination, was wir von unseren Eltern und natürlich auch Leben zuvor jetzt einfach mitgegeben bekommen haben und unseren Großeltern, sodass wir alle in diesem Denken sind und uns immer auf das Negative fokussieren und das ist das, was uns wirklich krank macht. Wenn du es schaffst, deine innere Haltung und deine innere Sphäre energetisch in Balance zu halten, dann ist nach und nach eine Läuterung sowieso das Ergebnis und wenn du diese Krankheit gerade brauchst oder diese Symptomatik, um das für dich zu erkennen, dann kannst du mit absoluter Dankbarkeit auf deine Haut schauen oder deinen Darm schauen oder deine Augengesundheit schauen oder deine Gelenkgesundheit schauen oder deine psychische Gesundheit schauen und dahinterstehen und all das beobachten und sagen, danke, dass du mit mir kommunizierst, Körper, danke für diese wundervolle Körperintelligenz und dass du mich jetzt gerade wieder auf den rechten Weg weisen möchtest. Ja, also Detachment hilft dir, dich von Leid zu befreien, aber Attachment an Detachment kreiert wieder Leid. Das heißt, Loslassen befreit dich von Leid, aber das Anhaften an Loslassen, wenn du die ganze Zeit krampfhaft rumrennst und alles loslassen möchtest, was man loslassen kann, kreiert das auch Leid. Und so ist es auch mit all diesen vermeintlich positiven Werten, wie zum Beispiel der Gesundheit. Zum Abschluss dieses Themas heute hier hatte ich noch eine weitere Frage, die ich auch eben einmal angedeutet habe und zwar hat mir jemand die Frage gestellt, Navid, du hast irgendwann mal gesagt, wir sind unsterbliche Wesen. Was meinst du damit? Und ich habe eben einmal die Brücke dazu geschlagen, als ich gesagt habe, das, was wir wirklich sind, ist das, was gerade all das hier von hinten aus beobachtet, was eigentlich nur absolutes Sein ist. Wenn du in der tiefen Meditation verfällst oder vielleicht schon mal Pflanzenmedizin für dich genommen hast, Bufo geraucht hast oder was auch immer, dann kann es sein, dass du schon mal eine Erfahrung gemacht hast, wo es dich einmal richtig hochgeschossen hat und du nichts anderes mehr warst als pure Existenz. Als pures Sein. Was du nicht mit Worten beschreiben kannst, worum du immer nur tanzen kannst, aber es ist nichts, was du begreifen kannst, sondern du kannst dich nur davon ergreifen, von dieser göttlichen Liebe, von diesem Riesentopf, vor Liebe, wo du merkst, du bist beschützt, alles ist perfekt, wie es ist, du bist geführt, es gibt nichts, was zu kontrollieren ist, absolute Freiheit, absolute Dankbarkeit, tiefe, tiefe Liebe und das ist etwas, weswegen wir auch unter anderem hier in Deutschland sind, wo ich mehr Menschen diese Erfahrung ermöglichen möchte, dort genau hinzukommen und deswegen haben wir auch unser Retreat im Dezember, vom 7. bis zum 10. was glaube ich jetzt auch schon fast ausgebucht sein sollte, ich glaube zwei, drei freie Plätze haben wir noch, aber man muss nicht Pflanzenmedizin einnehmen oder nach Costa Rica reisen, um diese Erfahrung zu machen und deswegen haben wir auch dieses Calling gehabt, jetzt nach Deutschland zu kommen, um das, was wir gelernt haben, hier zu lassen und Menschen zu zeigen, mehr damit in Verbindung zu kommen, wer oder was sie sind, so dass wir, wenn wir zu 95% unserer Alltagszeit wieder in unserer Rolle sind, unsere Masken tragen, aber immer wieder diese Erinnerung haben an dem, wer oder was wir wirklich sind, weil wir es mal erfahren haben, weil wir nicht die ganze Zeit nur intellektuell irgendwo gelesen haben, ich bin formloses Bewusstsein, ich bin Gott, ich bin Liebe oder was auch immer, sondern ich habe eine Referenz, ich habe eine Erfahrung, an die ich mich beziehen kann, wo ich sage, da habe ich das erlebt, das kann ich nicht mehr leugnen und egal, wer mir jetzt was erzählt, ich weiß, was ich wirklich bin und auch wenn ich jetzt gerade nicht direkt dazu angebunden bin und sehr in meiner Rolle bin, weiß ich, dass ich mich nur still hinsetzen muss, mir ein bisschen Zeit gebe, die Verantwortungen über Bord werfe, die gerade vermeintlich so wichtig sind und mich nach und nach wieder mit dieser Energie verbinden kann und dafür steht auch dieses Retreat im Dezember, in diesem Jahr, wir haben ein Team, was fast 10 Mann und Frau groß ist und über 40 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, das wird ein super energetischer Container sein, es wird magisch sein, es wird wichtig sein für uns alle, das zu erleben und die Erinnerung aufrecht zu erhalten, damit wir uns noch mehr ausdehnen können und voller Vertrauen und Zuversicht und Mut dieses Leben auch stattfinden lassen können. Das bedeutet, was meine ich mit wir sind unsterblich, wir werfen diesen physischen Körper irgendwann ab. Jetzt kannst du sagen, Navid, woher weißt du das? Ich habe für mich Erfahrungen gemacht, aber selbst wenn du die Erfahrungen für dich nicht gemacht hast, gibt es auch einen anderen Weg, ganz tief zu dieser Energie angebunden zu sein und zwar, dort ist jemand, der spricht darüber und deine Seele erkennt absolut, dass das, was dort gerade gesprochen wird, wahr ist, dass du nichts anderes kannst, als dieser Person zu vertrauen. Das ist zum Beispiel, wie wenn Leute einen Guru haben oder einen Mentor haben, der gerade etwas teilt und etwas channelt, etwas hier mit hineinbringt in einen Container, wo das Herz sich einfach nur öffnet und du merkst, ja, 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 ja. Und selbst wenn ich das für mich noch nicht erfahren habe, vertraue ich darauf, was diese Person gesagt hat, denn das Vertrauen in das, was diese Person sagt, trägt dazu bei, dass ich noch mehr Hingabe praktizieren kann, um mir endlich auch ganz bald diese Erfahrung zu schenken, eins zu werden, diese Verschmelzung für mich zu verspüren, wieder zurückzukommen und dann diese menschliche Erfahrung wieder aus einer neuen Haltung stattfinden zu lassen. Wir werfen diesen physischen Körper ab. Du wirfst deine Persönlichkeit irgendwann ab, die in diesem physischen Körper, in deinem Verstand sitzt und deine Persönlichkeit ist nichts anderes als eine Akkumulation von Momenten, von Erfahrungen und dadurch ist eine gewisse Persönlichkeit entstanden, die ich jetzt zum Beispiel Navid nenne oder die du zum Beispiel Jennifer nennst oder Nicole nennst oder Max nennst oder wie auch immer, dem einen Namen gibst. Wir bekommen ja auch einen Namen mitgegeben, den wir auch wieder abwerfen. All diese Dinge, die wir hier in dieser menschlichen Erfahrung mitgegeben bekommen haben, werfen wir irgendwann ab. Sie gehören nicht uns, das sind Leihgaben. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig, definierst, wie du es willst. Aber irgendwann verlassen wir diesen Körper und wir sind mehr als nur ein biochemischer Prozess, als ein Ergebnis eines biochemischen Prozesses. Und wenn du das für dich noch nicht erfahren hast, dann freue ich mich sehr für dich, wenn du das für dich irgendwann erfährst und wenn du das für dich schon erfahren hast, dann halt an dieser Erfahrung fest, ohne Attachment, sondern einfach nur mit liebevoller Erinnerung, so dass du jedes Mal, wenn du dich wieder in dieser Rolle verlierst, dich damit identifizierst, Leid kreierst, Angst verspürst, Limitierungen verspürst, dich an diese Erfahrung erinnern kannst und sagst, alles ist gut, dadurch wieder tief durchatmest und nach und nach wieder all diese physischen Symptome wie Herzrasen und Zittern und einen trockenen Hals und Rotwerden und so weiter nach und nach immer mehr lindern kannst, weil dein Körper auf das reagiert, woran du glaubst und von dem, was du überzeugt bist. Das Ergebnis ist von dem, was du überzeugt bist. Also ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass diese menschliche Erfahrung wie ein Trainingsbootcamp ist, wenn du denn so möchtest. Wir sind gerade hier, um auf etwas vorbereitet zu werden, was viel größer ist als das, was hier gerade stattfindet und das ist auch gerade erst der Anfang, wo wir alle hier sind und es kommt noch viel, viel mehr und das kreiert so viel Demut in mir drin, einfach weil es manchmal Momente gibt, wo du Erfahrungen sammeln kannst, wo du sehen kannst, wo es hingehen kann und dann kommst du wieder zurück und du merkst, wow, es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg vor mir. Aber jeden Tag dran zu bleiben, devoted zu sein, sich hinzugeben in tiefster Liebe zu diesem All-Eins-Bewusstsein, zu diesem Topf der bedingungslosen Liebe, aus dem wir stammen, zu Gott, wenn du das irgendwie benennen möchtest, zu stehen, zu fragen, wie kann ich dienen, was kann ich machen, wie kann ich mir selbst und anderen Menschen auf dieser Welt helfen, werden dich immer mehr in diese Erkenntnis bringen und immer mehr damit verbinden, wer oder was du wirklich bist und diese menschliche Show, die hier gerade stattfindet, wird umso interessanter und umso süßer und schöner zu beobachten und anzuschauen und wahrzunehmen. Es kommen auf einmal ganz andere Dynamiken und Felder mit hinein. Ich hatte letztens ein Gespräch beim Jujutsu, beim Kampfsport hier in der Nähe von Hilden in Solingen mit jemandem, der als Organspendetransport arbeitet, das ist unser Coach, der uns immer mittwochs unterrichtet und ich habe dann mit ihm so ein bisschen über den Tod gesprochen und wie er dazu steht und was der Mensch für ihn ist und er sagt, für mich ist das ein Ergebnis von biochemischen Prozessen und das ist absolut okay, dass Menschen sowas denken und auch davon überzeugt sind und sagen, okay, wenn dieser physische Körper aufhört zu atmen oder wir hirntot sind und so weiter, dann sind wir weg, dann entsteht nichts, Leere. Aber ich finde die Metapher und die Analogie sehr schön, wenn du dir einfach mal ein Lagerfeuer vorstellst und das Lagerfeuer brennt die ganze Zeit. Du packst richtig viel Holz nach, du machst das Feuer erstmal an, das heißt, da wird was geboren, dann erblüht das Ganze, es brennt und irgendwann zerfällt das Ganze wieder, es stirbt, wie unsere Pflanzen und Bäume, Menschen, alles was zur Natur gehört, im Sanskrit wird das Pakriti genannt, falls du die Bhagavad Gita schon mal für dich gelesen hast, alles was zur Natur gehört unterliegt genau diesen Gesetzen. Aber wenn irgendwann das Feuer erlischt und stirbt, geht die Energie dann verloren. Ich glaube, Newton hat schon mal gesagt, Energie geht nie verloren. Das bedeutet, irgendwo verschwindet diese Energie dann in Wärmeenergie, in den Boden oder in Rauch, was in den Himmel geht und irgendwo verteilt sich diese Energie wieder und dieser Container in dieser Glaskuppel unter diesem Firmament wird immer gleich bleiben. Das ist ein Ökosystem, was sich die ganze Zeit von selbst irgendwie ernährt und als Trainingsbootcamp dafür da ist und mit Bewusstsein genährt wird. Bewusstsein ist all das, was überhaupt diese menschliche Erfahrung und diese menschliche Erfahrung möglich macht und Natur überhaupt belebt. Wenn dieses Bewusstsein gar nicht da wäre, ich glaube, ich habe schon mal einen Podcast genannt, das ist wie Strom. Wenn Strom gar nicht da wäre, dann könnten all diese elektronischen Geräte, die wir im Haus haben und so weiter, gar nicht funktionieren und gar nicht genährt werden. Und so ist das eben auch mit all diesen Dingen im Außen, wenn wir uns die Bäume anschauen und die Menschen anschauen und die Tiere anschauen. All das wird genährt von Bewusstsein und wenn das Bewusstsein gar nicht da wäre, dann wäre auch all das im Außen gar nicht da und funktionell. Wie gesagt, es kann sein, dass das jetzt einfach erstmal etwas ist, was du intellektuell für dich aufsorgst und wo die Erfahrung noch nicht da ist. Dann schau, dass du dir Räume kreierst, wo du dich nicht ablenkst, wo du Stille zulässt, wo du dir erlaubst, wahnsinnig zu werden. Und in dem Moment, wo du wahnsinnig wirst und wo du das aushältst, wahnsinnig zu werden, kommt danach diese innere Befreiung und die Erkenntnis. Manchmal brauchen wir dafür einen Pflanzenmedizin-Retreat. Manchmal brauchen wir dafür einen Meditations-Retreat. Manchmal buchen wir uns einfach eine Woche Eifel-Auszeit. Manchmal reicht es einfach, nur mit unseren Kindern spazieren zu gehen und achtsam zu sein und die Natur zu beobachten. Jeder hat für sich seinen, ihren eigenen Weg in dieser Unsterblichkeit zu finden. Und wenn du mit dieser Unsterblichkeit in Verbindung kommst, dann verlierst du auch automatisch die Angst vor dem Tod. Dann ist natürlich nur noch die Angst da, wie wir sterben. Wir haben eigentlich keine Angst vor dem Tod, wir haben eher Angst vor dem Schmerz, wenn wir sterben sollten, weil wir das Gefühl haben, durch die ganzen Horrorfilme und Saw 1 bis 5 und was es eben alles gibt, Texas Chainsaw Massacre, was ich früher als junger Mann alles geguckt habe, weil wir so eine Horrorvorstellung vom Tod haben, dass wir Angst davor bekommen haben, eher wie wir sterben. Der Tod selbst, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ist das Highlight unseres Lebens. Es ist das finale Fest. Es ist das finale Fest. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du dir diese so wundervolle, kostbare, menschliche Erfahrung geschenkt bekommst und dann am Ende mit etwas bestraft wirst. das ist ein sehr satanisches Denken, ein sehr teuflisches Denken, was uns eingeflößt worden ist über Jahrzehnte, um uns zu limitieren und uns von dieser göttlichen Essenz zu entkoppeln. Meine Aufgabe ist es immer wieder darüber zu sprechen, mir selbst Erfahrungen zu schenken, anderen Menschen Erfahrungen zu schenken. Das ist mein Seelenweg, das ist mein Ruf, auch wenn mein Intellekt manchmal andere Dinge sagt. Zum Beispiel, ich war jetzt in Costa Rica, habe dort gelebt, niedergelassen, Tochter ist dort geboren, alles war optimal, um dort jetzt Land zu kaufen, Permakultur zu machen, weil mein Verstand sagt, Navid, das nächste Mal, wenn die Welt wieder verrückt spielt und du mit einer Maske in einen Supermarkt gehen musst, möchtest du dein eigenes Land haben. Niemand bestimmt darüber, ob du Essen auf dem Teller hast oder nicht, sondern du selbst kannst das Ganze definieren und bist frei auf diese Art und Weise. Das ist das, was mein Verstand zum Beispiel gesagt hat. Aber mein Herz hat gesagt, Navid, nein, du gehst jetzt nach Deutschland. Du musst jetzt da sein und wenn wieder so etwas passieren sollte, dann lebst du mit den Konsequenzen, aber du bist deinem Herz gefolgt und du kommst schon irgendwie damit klar. Ja, um dich vielleicht so ein bisschen auch in meinen Prozess zu nehmen, damit du das für dich so ein bisschen selber rückführen kannst, wann manchmal das Herz spricht und wann unser Verstand spricht. Unser Verstand will uns immer vor etwas schützen, agiert aus der Angst heraus, daran erkennst du die Verstandesstimme und unser Herz ist immer absolut im Vertrauen, sehr, sehr mutig und in tiefster Liebe und folgt einfach den Flüssen, die rational nicht erklärt werden können und immer als verrückt abgestempelt werden, aber eigentlich dann der Weg sind, wo wir hingehen. Und unser Verstand hat auch eine Rolle, ist dafür da, um zu reflektieren, in manchen Situationen gewisse Entscheidungen zu treffen und abzuwägen, aber wenn wir jemandem, der eigentlich nur Co-Pilot sein sollte, die Hauptrolle hinter unserem Flugzeug geben und er die ganze Zeit versucht, den Flieger zu fliegen, aber seine Rolle eigentlich nur Co-Pilot sein ist, dann entsteht natürlich Verwirrung und der Flieger fliegt absolut in die falsche Richtung. Unsere Aufgabe ist es, wieder am Steuer unseres eigenen Fliegers zu sitzen, die Verantwortung dafür zu tragen und den Co-Pilot auch wieder Co-Pilot sein zu dürfen und mit ihm zusammen zu interagieren, eine tolle Beziehung zu unserer Verstandesstimme aufzubauen. Das vielleicht nochmal so zum Abschluss und ergänzend zu diesem ganzen Thema Gesundheit, Anhaftung, Unsterblichkeit, der Tod und, 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 und. Vielleicht hat dieser Podcast jetzt gewisse Gedanken bei dir in Gang gesetzt. Lass sie erstmal sacken, verdaue sie, gib dir Zeit, schlaf eine Nacht drüber, melde dich sonst bei uns, wenn neue Fragen dadurch gekommen sind, die wir in weitere Q&A-Episoden mit hineinnehmen dürfen. Ansonsten war es mir eine Freude, heute hier zu sprechen und eine weitere Episode stattfinden zu lassen, die so wundervoll war, wenn ich das Ganze jetzt für mich nochmal reflektiere. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat sehr viel in mir drin bewegt und mich wieder auch in eine Energie gebracht durch das Sprechen, die für mich sehr heilsam ist und beschützt werden darf, ohne daran anzuhaften, denn es darf auch manchmal Tage geben, wo wir absolut in unserer Rolle sind und wo es uns, wo wir vielleicht merken, oh, gestern war ich doch noch so erleuchtet und heute ist es auf einmal so, ey, das Leben kommt in Wellen. Manchmal sind wir ein bisschen mehr erleuchtet, manchmal sind wir ein bisschen weniger erleuchtet und auch die Akzeptanz dafür zu haben und nicht anders erleuchtet sein anzuhaften, sondern zu sagen, das, was ist, ist gerade genau richtig für mich und ich tue einfach das, was gerade getan werden muss. und hinterfrage zu jeder Zeit meine Realität, die ich mir gerade aufgebaut habe und stelle sie immer wieder auf den Prüfstand, um mich auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzubauen, auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzubauen und gerade, wenn es wieder gemütlich geworden ist, wieder auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzubauen. Dankeschön, dass es dich gibt, danke für deine Aufmerksamkeit, danke, dass du hier diesen Podcast lauschst, dich vielleicht auch dazu gerufen fühlst, diese Episode mit anderen Leuten zu teilen, die das gerade auch für sich hören dürfen, eine ehrliche Sternebewertung dazulassen, ein Abo dazulassen, falls du es noch nicht getan hast, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Ich weiß, wie das mit Podcasts ist, man hört die auch in Wellen, manchmal fühlt man sich zu einem Podcast mehr hingezogen und manchmal ein bisschen weniger, aber ja, wir freuen uns über jede Person, die hier mit dabei ist, die uns jetzt weiterhin noch in Zukunft begleitet, Woche für Woche und mit uns diese magischen Räume kreiert. Fühl dich ganz fest gedrückt, fühl dich geliebt, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, je nachdem, wenn du das gehört hast, und bis zum nächsten Mal. Ciao.